Sputniks Break Break 2014 Jetzt ist ein Gestört, aber geil Ich fahre Richtung Sonne Sputniks Break 2014 Mit Gestalt, aber geil Heute ist der beste Tag für mich Seit langem warte ich schon auf dich Ich schläu mich an und fahre einfach los Hier ist MDR Sputnik live von der Hype und Super hoch Live mit dem Sputniks Break Break Festival Radio Zwei Typen, die kennt jeder Also hier bei uns in der Sputnik-Zone kennt die wirklich jeder Wenn wir über den Setplatz gegangen sind, gefragt haben Wen wollt ihr alles sehen, dann immer David Ketter und Materia und Schört, aber geil Herzlich Willkommen Schön, dass ihr da seid Hallo Hi Geht's euch gut? Ja, alles bestens Leute, ihr seid die absoluten Lokalmatadoren Hier kennt euch wirklich jeder Also wahrscheinlich sagt eher noch jeder mal Schört, aber geil als die anderen Headliner Namen Wie schafft man das? Ich denke mal definitiv Musik ist klar Aber auch Glück Also wir hatten damals das Glück, dass wir hier bei Spring Break auf der Open Stage spielen durften Da fängt es dann eigentlich an Also wir sagen immer wieder, dass Spring Break die Open Stage unser Sprungbrett war Deswegen freuen wir uns definitiv jedes Mal, wenn wir hier sind Das hören wir gerne und wir freuen uns, dass ihr heute Abend auf der Electronic Stage spielt Vielen Dank für euren Besuch hier im Studio bei uns beim Sputnik Spring Break Festival Radio Heute ist der beste Tag für mich Seit langem warte ich schon auf dich Ich schnall mich an und fahre einfach los Euer Christian Ich erinnere еще die Ich erinnere schon das Ich erinnere schon nach Bis zum nächsten Mal Ich erinnere schon nach Bis zum nächsten Mal Ich erinnere schon저ě Probe Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.